Berliner Hörspielfestival Herzlich willkommen auf unserer kleinen Rundreise durch das wundervolle Panthea, der vorerst letzten zusammenhängenden Landmasse auf Erden. Wir werden gemeinsam acht Stationen besuchen und dabei spektakuläre Abbrüche, katastrophale Kontinentalverschiebungen und allerlei atemberaubende Naturschauspiele über- und unterwasser erleben. Unsere Reisezeit beträgt etwa 45 Minuten, für Snacks und Getränke ist selbst zu sorgen. Bitte bringen Sie Ihre Rückenlehnen nun in eine waagerechte Position, klappen Sie Ihre Tische hoch oder runter und legen Sie Ihre Sicherheitsgurte ab. Welcome to beautiful Pangea! Das Forschungsschiff Osiris befindet sich schon des Längeren auf der wohl letzten Umsegelung des Kontinents. Pangea, kurz vor der endgültigen Unbewohnbarkeit. Ihr Auftrag? Wasserproben aus Thetis und Pantalassa entnehmen und dabei eine möglichst unverseuchte Stelle finden, an der es sich gut und vor allem sicher leben ließe. Die Natur hatte sich in letzter Zeit nämlich als zunehmend unkooperativ erwiesen, zumindest was den Menschen betraf. Pangea, kurz vor der endgültigen Unbewohnbarkeit. Das ist ein Grund, aber die Natur war erstell. Pangea, kurz vor der endgültigen Unbewohnbarkeit. Sathrin, kurz vor der endgültigen Unbewohnbarkeit. Vielen Dank.